Das ist sechs Monate lang. Das stimmt doch was nicht. Ich kenne diese Fähigkeiten nicht. Vielleicht würden sie jemand anderen begeben. Ja, Entschuldigung. Ja, hallo. Hallo, ihr seid zu spät zum Film abzukommen. Hast du D gesehen? Jetzt sind die Leute, die immer zu spät zum Film kommen. Der ist weggerollt. Durch mein Kick. Was fällt ihm ein? Neues Down. Wie sind wir lang? Nichts?? Jetzt ist es. jetzt aber ich wollte trennen ich bin über den kopf getreten ja ja jetzt bin ich wieder ja ja ich habe leider für euch geschützt aktiviert glaube ich aber ich helfe dir die wand ist gut gemacht wir haben vergessen ich denke schützte wahl war ob du die wahl ist durch auch weiter nein ja kommt denn da noch aber ich finde nicht mehr meine armbuss dass das los und licht wir sind geschützt okay damit kann ich interagieren dann macht das mal wenn ich was auch immer hier machen muss ich irgendwann machen aktivieren hat fingerabdruck durch mein handschuh ausgezeichnet ich kann die türe nicht öffnen warum warten ich kann nicht interagieren ich habe sind seltsame befehle die ein halbes jahr als sind vielleicht will er mich manipulieren ich hasse diese verdammten spielchen ich war lang genug hier ein u-boot ja ich habe das symbol wo haben sie wohl rettung so groß ein u-boot noch ein fahrzeug was ich kaputt machen kann nein ich werde wahrscheinlich steuern müssen im leben na na ist das auch wir können sie machen auch nicht aufnehmen ja wenn du jetzt die geilen waffen bekommst und ich kriege nichts aber hey ich kann zumindest die embleme zerschlagen ich bin schon unten ja du bist schon unten ist noch eine leiter ist aber eine sturm schrottflinte ich ja ich kann die waffe aufnehmen natürlich bin ich schon ein bisschen sicherer mit so ein schrott von ja wenn ich so ein mg ich meine okay piff puff die hilft auch noch weiter ich meine wir sind immer noch in der ersten mission ja du hast ja noch eine pistole bisher nicht ich bin nur ein popelsoldat in ruhe hallo ich habe ihn ja ich bin gerade auf die eier getreten ist es sich ein wenig unsportlich aber ich kann ja an der wand festnageln mit meiner hallo ist ja cool so und die wand beim na ja auch noch nicht so müssen gegangen ich bin die ganze richtung gegangen ach so ich hier hin denn da geht's hoch laut navi müssen wir da lang deswegen bin ich halt meine anrichtung so musst du da ich habe ich habe gerade ein bisschen den weg freigemacht sei mir mal ein bisschen dankbar grau morgen ich kann ja ich kann ja ich kann ja ich kann ja an der band festnageln das hat es schon gesagt ich denke ich genug von diesen motion da hier da hier sind pfeile aber ich kann ich nicht aufnehmen und da ist eine kiste wie gesagt auf der plattform sind pfeile gesagt ich kann sie sich aufnehmen da ich keine armbust habe also wir müssen auf diese plattform ich weiß nicht ich kann mit nichts interagieren du musst machen ich habe mir fest ich stehe bevor wieder ergänzt sich einfach so an ihr fest es ist nicht irgendwie du weißt schon wo man ich muss nach roundhouse kick geschlagen einfach ausgezeichnet ich habe doch gerade gesagt ich kann ich kann mit keiner türe interagieren ja ich habe schon mal auf man kann sie ja auch mal oder nein nein das scheint nicht meine ausbildung als agent das kann mich nicht das gar nicht um eine ausbildung ja halte ich fest ich stehe da ich stehe da einfach nur so rum so ok ja ja ich wutsche das ist er hat man mich darüber geht nachher genau ständig ich packe ich meine so immer ein pokéball rein dass ich raus wenn man pokéball dass wir daraus wähle ich mag das ja was da ich habe nicht geknüppelt wenn sich zu schnell mein fuß in sein gesicht nur klettern und klettern ich habe keine ausdauer mehr um nach vorne zu aber die kiste ist aber mein gesicht tiktok rein pfeifen damit man ja gewinnt ich weiß es nicht also ich gewinne ich glaube ich nicht so viel zum rettungs u-boot zeit für plan b kein u-boot entkommen sieht nur nach oben weil ich habe mir fest die torpedosteuerung ist die da vorne sein hoch da ja leider da hoch und wieder von welcher seite muss man hoch nach und der seite kamera wechseln ich glaube ich bin tot ich bin tot oder wahrscheinlich nicht weil du noch nein geschrien ist ich habe gar nichts geschrien ich habe ich gehört bei mir dann nur ich habe nichts gehört naja wenn ich aber gut dann obwohl so in dem charakter bis die story trotzdem endet wenn du stirbst ja ja ich bin zwar alleine aber nein meine agent die machen meiner geld doch was ist mit mir du auch ja ja ich bin auch erledigt bevor ich ja auch freundlich mit schon gerade gesehen kommen wir hin auf einer seite wie kommen wir hin ich werde auf springen hier mit meinen aber auch war okay wir vergessen gewalt immer die lösung und wasser aus ich komme da nicht hoch dann ihre hilfe ich mag ja schon ich bin batman thank you was bist du batman ja da auch einen enthalten oder ja du bist batman batman war also dieser kamera wechselt er auch nicht verrückt ja und diese perspektive die ich gerade hatte ich meine es neu orientiert war da bin ich hier hoch ich habe nur noch auf dem bild renne da hoch hier weiter hoch Oh, Verliero, Hilfe! Ja. Mach die Klappe zu. Oh, es ist kalt. Ich mach niemals die Klappe zu. Was hast du gerade zugemacht? Okay. Was sind hier? Alfin, glaube ich. Nein, ich bin. Marta Pies. Das war auch lang, da muss man lang. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Shit. Wir sind hier noch. Kisten. emblem papier soll ich durch stück die dicke also also da muss ich nicht von dahin den anderen weg erst mal gegangen klar danach in den dämpchen hier wird mehr als ein handabdruck notwendig sein sag auch das noch ein ziemlich auch deinen hintern hat er gesagt er hat mehr sachen noch von uns neben von dir ich bin ja nicht gar nicht da stellen sie die stromversorgung wieder her ja nein ich schon wieder wo es hat der gedenk das ist der gedenk spektak ich habe mit gesprungen dass ein passiert wir können davon getroffen werden dann warte kommt ihr noch noch so 1 da ich wollte aber meiner vielleicht vergessen zu ding zu wechseln zu meinen normalen warte ich bin nur erledigt das noch ein ding ich sehe es nicht da ist es wie sollen wir mit einer solle biede so probleme wo ist natürlich wo sind da sind zwei von denen sehe ich gerade ich hatte dich wirklich wo geht noch mal kaputt das ding hat jeder feine bock den mann so jetzt habe ich jetzt noch mein gott meine fresse ging wieder warum war das so schwer hier sind kisten oh mein gott war mal das schwer als alles andere bisher ist man ja warum war das so schwer müssen eine passerein aber das ist mal anders da müssen wir lang ja ja aber erst mal woanders jetzt hier hey kisten motion ich habe schon wieder ich habe sie gesehen so setze nach der hinter uns da sind sie wo sagt mich und ist er da drüben aus ist erwischt habe ich geworfen naja eben noch da ist oder bin ich weg oh mein gott ist es da um der tod haben wir es getötet ja was gezeichnet jetzt müssen wir ins wasser glaube ich ne ja da müssen wir rein aber warte mal es ist aber auch ein pech immer hier rein ob es gottes willen jetzt kommen wir gleich unter wasser bienen moment mal neben den bienen können sie das tun ich brauche strom um die auf sich sind ich sehe es schon vor mir die bienen sind um wenn unsere arsch nehmen ist es werden strom ist mal irgendwo holen ja aber wo müssen wir lang nicht erstmal wieder zurück ja wir müssen das mal wieder zu da soll ich mehrere ort wo wir rein tauchen konnten also laut karte müssen müssen wir tatsächlich hier rein da ist mein strom irgendwie ja aber das ist das für uns ja zum strom wo waren wir noch nicht glaube ich noch dabei in dem leben da ist ja mein strom schalter jetzt muss ich nur noch wir kommen wir da hinten da tauchen und wir tauchen ja da mal rein da schlechter tag leder zu tragen nehme ich an sieht sich leder nicht im wasser zusammen oder irgendwie sowas ich glaube ja legt man den hebel um ich kann das nicht ja ich denke dann am besten und wenn ich werde ich nass bin ne gute idee strom zu antieren die überzeugungskraft nötig ist das ist ja wer zu dem einen dingen ja jetzt müssen wir wieder zurück das ist für einen stadt ich lass mich auch ein ich möchte auch ins kühle nass das muss man muss immer hin ja 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 ich tritt einfach auf den schalter drauf warum war 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 die kamera gerade hatte gedreht an euro hilf uns danke treten ja ja ich komme da nicht rein ja ich komme da nicht rein einfach zu ja ich muss jetzt muss ich hoch noch tun noch 2500 f Pode so dass sich stimmengen wird gestattet sprechen sie ihre antworten ins mikrofon identifizieren sie sich gerade beschreibt sich später vielleicht nennen sie ihren namen ich muss am manuell aber werfen wir einen blick auf die fakten ich arbeite nicht ich habe nicht vor ich habe nicht vor ich habe nicht vor für etwas ich habe nicht vor für etwas zu wissen dass ich nicht getan habe da muss ich da ein paar stehen dann gehe ich im näher daran ich habe nicht vor für etwas zu wissen dass ich nicht getan habe ich musste näher daran ich muss die antworten immer manuell irgendwie drücken da habe ich gar nicht auf den verbett aber dass wir sie menschen also du bist da noch so ich habe den perfekte antwort können wir es mitgehen zur letzten frage sind sie bereit einen moment jetzt bin ich dran wer sind sie robin nein wo sind sie das ist was ich mir in den weg steht und der virus macht das immer wieder sprechen sie ihre hohen ins mikrofon ich würde sagen wir gehen ja bitte ich bitte darum wo akrobatisch was echt in dir ja ja irgendetwas gefunden eine sechs monate alte auf dann hat sich die reise ja gelohnt was denn sie wissen immer noch nicht was los ist ich erkläre es ihnen morgen trifft ein bioterror angriff die vereinigten staaten dann wird und große städte auf der ganzen welt dasselbe schicksale eilen durch die hand von new umbrellas und sie glauben dass ich für sie den sündenbock spieler sind haben sie sich geschnitten ich möchte ja nichts sagen aber lasst uns einfach gehen ok ok und zwar es gibt es geschafft die eile frei für eider ok 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 fd 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 fd